So, wir sind in Zitau. Als Musiker hast du einfach immer ein leckeres, leckeres Essen für Oma. Das ist unsere große Straßenmusikkonkurrenz, das ist der Pablo Vicente. Guter Typ, echt krass. Ich bin der Zwiebelkönig. Schön lecker Essen im alten Sack. Komm schon, bei uns, compañerische Musiker. Ich bin der Zwiebelkönig. Ich bin der Zwiebelkönig. Ich bin der Zwiebelkönig. Ich bin der Zwiebelkönig. Komm, du wirst mich auf dich. Es kommen wir mal auf, wenn du dich bereitstimmst. Ich bin der Zwiebelkönig. Sittau war der Hammer. Es war geil, es hat echt Spaß gemacht. Wir waren da auf der Bühne, wo eben noch Bier waren, spielt jetzt Marquez. Und es war richtig geil, schöner Marktbühne. Wir sind in ZDF. Jetzt gehts ins Hotel und morgen dann so richtig. Ab gehts. Schau, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt in den Fernsehgarten und performen da jetzt. Water, is it even I still enough? Ja. Wir gehen jetzt in den Fernsehgarten. Wir gehen jetzt in den Fernsehgarten. Jungs, was macht ihr hier? Was blündert ihr hier? Wir sind schön in der Kabine. In der Garderobe von Kai Ebel und fast ein Zollpacks. Juhu! Das ist lecker! Geil! Jetzt hat er selber geschmiert. Zuhause vorbereitet und wir schmabulieren's weg. Juhu! Juhu! Am he으esten Sonntag des Jahres! Dirkwelche. Wann Sie noch mit allen Seiten? ... oder was? ... oder was? ... oder was? Vielen Dank.